nie wieder eine Pilzuppe bekommen ich hab dir ein Steak gegeben du Idiot du nimmst es aber nicht ja tut mir leid habe ich nicht gesehen so aber dafür will ich 1000 Pilzuppen von dir ne hab ich leider nicht ich habe ein Kriegs hier habe ich nicht aufgehoben es ist eigentlich schlau anstatt die Wände erst mal das Dach zu machen ne ich glaube nicht mir kam es aber so vor Moment mal kriegt ihr vier Schalen aber jetzt eben 18 Schalen du hast das Holz aufgehoben, bitte mal das Holz da so das reicht hoffentlich noch genau für unser Tag dann sind wir auch hier auf jeden Fall sicher ja, falls sie Suizid falls sie Suizid schaffe bereit sein zu sprengen ja von da sind wir dann sicher aber wenn dann so Zombies kommen und dann haben wir verschissen ach komm wer braucht schon Wände oder wer braucht schon ein vollständiges Dach das sieht so scheiße aus für diesmal an es sieht aus wie ein Sandwich mit zwei Menschen drin zwei Betten ja warte ich wohl Holz der Hinsen ist ja gleich heute sind ganz viele Bäume aber ich habe mir wehgetan alles nur deine Schuld also jetzt kann ich zaubern erst mal oh mein Gott, du Cheetah ja, es wurde hell ach so, du hast geschlafen ohne mich? jetzt habe ich immer noch keinen Spawnpunkt und du schon oder wie? echt? aber stimmt das geht echt gar nicht also 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 halt stopp jetzt rede ich 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 nicht ich nicht also ich könnte es mir vorstellen so ein Server länger zu mieten ok ja für fünf Tage hätte ich was geht nicht nicht ach ich stimmt es geht 3,30 ne ja, 3,30, 90 und dann 365 aber wenn, dann mache ich es erst, wenn die neue Version draußen ist ist jedoch 1.2.3 ist jedoch für Bucket also er muss weiter mal gucken ja, oder wir nehmen einen anderen von denen es gibt ja mehrere ja schon, aber wer weiß, wie er aussieht ich kenne mich nur mit Bucket aus, so richtig ja, und mit Harmut ja, und mit Harmut ich kenne mich mit jetzt kommt es gar keinem aus jo aber auch nicht schlimm ja, braucht man nicht fürs Leben unbedingt jo ich schreibe es auch nicht gerade in meine Bewerbungen rein äh, fragt dich so der Chef ey, sorry, ich wollte gerade mit meiner Freundin Mycroft zocken, aber ich weiß leider nicht, wie es uns selber geht aber ja, dann kann ich Ihnen behilflich sein, ähm warten Sie mal dann kriegst du auch 5.000 Euro im Monat dann zusätzlich und ich weiß es dann plötzlich nicht oh mein Gott ja, das wäre verschliessen, ne ja, ne boah, das wäre fies so, unser Haus ist fertig wie? ja, es ist fertig wieso? ja, schaust dir doch an, es ist fertig ach so, das Dach ist fertig, was? nein, das Haus wie war es das? wie war es das schon? ähm, ich baue gar nicht mehr ab, ich stomme gerade unser Haus nur an dann gehe ich wieder abbauen ja, gut und danach musst du unser Haus anschauen, das ist echt so epic das glaubst du gar nicht ok ja, ich schätze einfach, dass du die Wände fertig gebaut hast, oder? schaust dir einfach an und dann lass dich überraschen in diesem Luxus werden wir wohnen, aber nur in diesem Luxus, wir verändern da gar nichts mehr nur die Innenausstattung können wir noch verändern ohne Mist, das sieht echt aus wie lol, mir kommt ja gerade so eine Idee wir lassen das so, mir kommt ja gerade echt eine Idee ja, Glas, oder? nein, Moment komm mal her ja, warte, ich baue Holz ab aber ok natürlich müssten wir das dann noch ein bisschen sicherer machen und so, aber das wird dann noch das wird dann nicht unbedingt speziell gleich unser Haus sondern etwas anderes und so, der Jagdhütte ah, ja, stimmt, es gibt doch auch im Wald solche Dinge, wo man dann seinen Pausen oder Scheißbrot essen kann ja, Scheißbrot ja, zum Beispiel yay, und die Betten lassen wir hier und dann können wir auf den Betten sitzen und diese, siehst du, da haben wir schon mal eine kleine Idee, es wird zwar nicht direkt unser Haus, aber Sex on the Beach ja, so nennen wir das Haus willkommen bei Sex on the Beach oh ja so, ich baue die Betten mal ab dann hast du auch keinen Spannpunkt mehr nein zu spät und ich weiß, wo wir unser Haus bauen und ich weiß, wo wir unser Haus bauen weißt du es auch? nö auf dem Haus äh, auf dem Haus auf dem Haus äh, auf dem Haus so, okay, alles klar ne, auf dem Berg wo hast du denn jetzt die Ö? ach, die habe ich die Ö klop 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 hast du schon hoch? hast du Sand, hast du Glas? ne, ich hab kein Glas aber ich geh schon hoch da, wo wir unser Haus bauen du willst echt auf dem Berg bauen, ja, viel Spaß bei einem kleinen Haus auf welcher Höhe bist du? ich weiß es nicht, warte bin noch nicht oben ähm, ach ja, ähm, soll ich denen was ausrichten? den Kühl den Suizid schaffen? ja ach so, ähm ich bin ja gleich da so, ähm schau mal, ich winkel von hier oben schau mal, schau mal, schau mal raus hier, hallo 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 schau noch mal schau noch mal, schnell scheiße, das Schaf will nicht runter oh Gott, da fliegt es und das ist tot so dumm ist das Schaf ja, toll ey, schau mal, da fliegt Scheiße auf dich runter oh, danke, genau das brauchen wir ja, toll ah, so, natürlich die oben können sich natürlich keine Toilette leisten und müssen alles hier nach unten werfen auf und schau mal raus hallo wie es geflogen ist einfach hallo oh man aber ich find's, ich find's lust am Moment ich find's lustig, dass die Erfahrung tropfen normalerweise dachte ich eigentlich ach, keine Ahnung äh, ich brauche, äh, kann das Geräusch hallo nice es gibt keine Kühe mehr auf dem Berg ich hab das Volk, äh, ich hab das Volk ausgelöscht ich meinte Schafe wir brauchen jetzt irgendwie Sand ey, wir laufen mal Millionen an Sand wir laufen mal Millionen vom Sand vorbei ja, und dann warte mal, geh mal kurz ins Haus und schau in Richtung von unserem, äh, von unserem Teich oder See kann ich grad nicht ich bin ja grad nicht es ist wichtig ja, ich bin aber grad nicht es ist wichtig es ist mir scheißegal, ob du da bist oder gar nicht, du gehst das sofort äh, kann ich nicht ich zieh bis 3 1, 2, 9 also, hopp ok ich bin da immer noch nicht und es wird auch noch ein bisschen dauern ach, komm, komm einfach mal kurz warte, ich such gerade Sand ach, hier ist überall kein Sand, ey dann bau das doch einfach da bei unserem Ding dann von gleich ab ja, dann sieht scheiße aus egal, geh einfach da mal schnell in dieses Haus rein ja, bin, ok, hopp ich seh deinen Namen da nicht ja, ich bin ja auch hier ach, ich guck ja über den Teich du bist nicht in dem Haus drin du sollst jetzt go jetzt go scheiße ach, scheiße, ich darf es ja nicht sagen lol, alter so, und jetzt geh ich wieder zurück und jetzt lauf ich wieder her das sollst nicht cheat, man ja, ich geh noch wieder deswegen wollte ich eigentlich nicht dass wir einen Bucketserver machen ich geh doch wieder zurück, man man, man sieht sich bis die Tage ja, teils hast du ja wo bist du eigentlich gespawnt? ähm, null was ist dein X? mein X ist minus 1035 echt jetzt? ja verarsch mich nicht es ist minus 1035 was ist Z bei dir? 5 bei mir 948 geil, und X ist bei mir eins jetzt ok, dauert ja nicht lang nein, gar nicht ich find die Richtung nicht ha, hab sie gefunden muss ich jetzt wirklich den ganzen Weg laufen? wir machen jetzt mal eine Ausnahme solange wir noch nicht unsere Betten haben weil rein theoretisch hätten wir ja unsere Betten schon aber naja ja, du bist immer schlafen gegangen ohne mich ach ja, und da oben kann man kein Haus bauen habe ich dir auch schon die ganze Zeit gesagt, aber du, nein, nein, gebauen welche Höhe? da oben? ja, keine Ahnung, sag du's mir warum kannst du nicht bauen, ey, mein ich, äh, ja, lol wieso können wir da nicht bauen? ähm, naja, also, ist halt zu wenig Platz, ne? ja und du siehst ja, was dieser Berg zu, äh, also was der Berg aus einem Menschen macht ja, erst Suizid Schafen, dann Suizid Menschen, ne? ach stimmt das war der Berg Standbild haha, wie du es einfach immer sagst oh man muss ich sagen es ist einfach so ich guck jetzt hier ey, das sind Schweine, das sind Schweine mal schauen, ob ich auch maximal spielen kann geil, die FPS Anzeige hat sich ungefähr gar nicht geändert das ist ja nicht gut warum ist es nicht gut? ist gut, hab ich gesagt hier können wir unser Haus bauen ich bin, lol und hier sind Schweine hallo, wie war es? hi